Heute reden wir in Grundlagen der Informationstechnologie, das ist ja schon die dritte Einheit. So, ich weise nochmal darauf hin, immer wenn Sie so ein Sternchen sehen, im Titel ist es ein interessanter Abschnitt, der aber nicht prüfungsrelevant ist, sowas soll es ja auch geben. Genau, die Unterpunkte sind, genau wenn so ein blauer Punkt ein Sternchen hat, ist der ganze Abschnitt nicht prüfungsrelevant. Und das Ziel ist, dass Sie diesen Witz am Ende verstehen. Es gibt zehn Arten von Menschen, jene die binär verstehen und jene die kein binär verstehen. Und das ist also so der Reißer für diese Vorlesung. Prüfung und zuerst möchte ich mal mit Zahlensystemen anfangen. Ja, im Prinzip gibt es so zwei Arten von Zahlensystemen. Zum einen Additionssysteme und zum einen Positionszahlen bzw. Stellenwertsysteme. Ja, also erstmal Additionssysteme, also hier ist mal so ein Beispiel für so ein Sternchen in einem blauen Bereich, das ist also komplett unreservant für die Prüfung. Ja, zum ersten Mal ein Additionssystem bedeutet, dass der Wert durch Addition oder Subtraktion ermittelt wird. Und der einfachste Fall für ein Additionssystem ist eine einfache Strichliste. Beziehungsweise dann, wenn man die Schriftdaten ein bisschen ausreizt, mit den Fünferblöcken gruppiert. Also das ist ein Additionssystem, nichts Besonderes. Man zählt quasi einfach, was da ist. Und ein Beispiel für ein Additionssystem, was Ihnen vielleicht vertraut ist, ich hoffe mal, das wurde in der Schule behandelt, sind römische Zahlen. Römische Zahlen, die in Wertigkeiten habe ich mal dort rechts abgedruckt. Kennen Sie vielleicht noch. Und die Regel ist hier, wenn ein kleinerer Wert beim größeren steht, wird subtrahiert, ansonsten wird der Wert addiert. Das ist also ein Additionssystem mit ein paar Extra-Regeln. Ja, und deshalb mal hier zum Warmwerden. Was bedeuten diesen drei römischen Zahlen? Bitte mal in den Chat schreiben. Ja, also die Werte sind, wenn ich mich nicht selber verrechnet habe, 42. Die 42 werden Sie häufiger sehen. Das ist ja die Antwort aus Anhalter durch die Galaxis. Die 42 werden Sie häufiger sehen. Dann die 2020 und die 1999. So, also wie gesagt, das ist nicht prüfungsrelevant. Das war jetzt nochmal zum Warmwerden. Kurze Kopfrechenübung, wo wir jetzt hier mit dem richtigen Stoff anfangen. Ja, und neben dem Additionssystem, für uns viel interessanter ist das Positionszahlensystem. Ja, das Positionszahlensystem ist also das, mit dem wir alle vertraut sind. Das nutzen wir im Alltag. Und das heißt, die Wertigkeit der Zahl ist abhängig von deren Position. Und die Regel ist, die Ziffern sind sequenziell angeordnet. Und es hat den Ursprung im babylonischen Zahlensystem zur Basis 60. Die Basis 60 kennen wir ja auch noch in manchen Bereichen. Zum Beispiel bei der Uhrzeit ist die Basis 60. Da geht es ja von einer Minute bis 59. Dort finden wir also noch so zum Beispiel Basis 60. So als Beispiel. Aber in der Regel hat man jetzt Basis 10. Ja, hier sind mal die Bezeichner für Zahlen. Also zum einen, die Indizes werden immer von rechts nach links beschriftet. Das heißt, die 0 ist die erste Zahl. Dann kommt die 1, die 2, die 3 von rechts nach links. Und die Zählung beginnt bei 0. Das ist bei vielen Sachen in der Informatik, sodass man bei 0 anfängt zu zählen. Das hier ist also der Index. Diese Nummerierung hier. Dann wird hier die Basis angegeben. Die Basis gibt also an, zu welcher Basis diese Zahl gehört. In diesem Fall 10. Was eine Basis ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, die einzelnen Zahlen sind sogenannte Ziffern. Das ist unstrittig. Ja, und die Gesamtheit heißt Nummer oder Zahl. Also vermutlich nichts Neues. Das sind also die allgemeinen Begriffslichkeiten, über die wir reden. Und die Positionen sind natürlich 1er, 10er, 100er, 1000er, 10.000er und so weiter. Wobei ich diese Benennungen bei den Binärzeilen nachher nicht verwenden werde. Da werde ich direkt die Stelle verwenden. Das ist eher nur beim 10er-System, dass man das so hier verwendet. Ja, hier ist mal etwas nach Mathematik abgebildet. Das hier ist die generelle Berechnungsvorschrift für Zahlen. Das sieht jetzt erstmal etwas kompliziert aus. Eigentlich ist das relativ einfach zu interpretieren, wenn man es mit einem Beispiel macht. Also Z ist quasi die konkrete Zahl. Also Groß Z ist die konkrete Zahl. Das kleine Z sind die Ziffern der Zahl. R ist die Basis, also in unserem Fall 10. Und n ist die Länge der Ziffer. Gehen wir mal eins weiter. Ja, also das hier sind das Beispiel für Dezimalzahlen. Angenommen, Sie haben die Zahl 2021 und möchten das jetzt mit dieser Berechnungsvorschrift quasi hier berechnen. Also in dem Fall natürlich kommt jetzt wieder die gleiche Zahl raus, weil wir das gerade mit Dezimalzahlen machen. Was ich immer jetzt hier machen werde ist, Sie sehen ja hier dieses D. Dieses D hier gibt immer die Art der Zahl an, weil ich werde jetzt verschiedene Zahlensysteme verwenden. Und um die Verwirrung zu reduzieren, nehme ich jetzt immer verschiedene Zahlensysteme. Für das Dezimalsystem, also das für sie gängige, zur Basis 10, verwende ich das kleine D. Und die anderen Buchstaben führe ich gleich noch ein. Was man jetzt auf jeden Fall sieht ist, es ist also 2 mal 10 hoch 3. Also die 2 hier und die Position ist ja 0, 1, 2, 3. Also 2 mal 10 hoch 3 plus 0 mal 10 hoch 2 plus 2 mal 10 hoch 1 plus 1 mal 10 hoch 0. Und das macht dann 2021. Und Sie erinnern sich hoffentlich noch, dass x hoch 0 gleich 1 ist. Deswegen kommt hier hinten dann 1 raus bei 10 hoch 0. Ja, das war der Beispiel für Dezimalsystem. Jetzt kommen wir zu anderen Zahlensystemen, die am Computer relevant sind. Relevant am Computer sind zum einen das Binärsystem und das Hexadezimalsystem. Binärsystem ist zur Basis 2 und Hexadezimal ist zur Basis 16. Und Hex ist quasi eine kompakte Darstellung von Binärzahlen. Was es damit auf sich hat, zeige ich Ihnen dann noch. Und der Computer arbeitet immer mit Binärzahlen, einfach weil die Schaltungen dafür einfacher sind. Weil bei der Basis 2 haben Sie zwei Zustände, zum Beispiel an oder aus. Und das macht halt die Schaltungen einfacher, als wenn man mit Dezimalzahlen arbeitet. Aber frühe Computer haben auch Dezimalzahlen verwendet. Da zeige ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel für so einen Computer. Das hier ist der ENIAC. Das ist der Electronic Numerical Integrator in Computer. Und das ist der erste elektronische Turing-vollständige Rechner aus dem Jahr 1942. Turing-vollständig ist ein Begriff aus der theoretischen Informatik. Den werden wir nicht weiter behandeln. Das bedeutet quasi, dass dieser Rechner alles, was berechenbar ist, berechnen kann. Es gibt auch Sachen, die nicht berechenbar sind. Aber alles, was man theoretisch berechnen kann, ist mit Turing-vollständigen Sachen berechenbar. Ja, und der wurde genutzt, um ballistische Tabellen der US-Armee zu berechnen. Sie sehen ja hier mal rechts mal ein Bild von dem Computer. Sie merken, der ist ein bisschen groß. Und da linken sind noch sehr viele Kabel und sowas. Also das war halt noch etwas altmodisch, kann man sagen. Ja, der hat Dezimalarithmetik verwendet, also mit Dezimal statt mit Binärzahlen gearbeitet. Der war 10 mal 17 Meter groß und wog 27 Tonnen. Ja, und der hat addiert in 0,2 Millisekunden. Zum Vergleich, eine heutige CPU macht etwa 10 Berechnungen, also 10 Additionen pro Nanosekunde. Ja, und wenn Sie mehr über den Rechner erfahren möchten, habe ich immer noch Wikipedia verlinkt. Genau, also das Grundbezüge, genau. Eine Turing-Maschine kann alles berechnen, was berechenbar ist. Und was heißt halt Turing-vollständig, wenn das quasi eine Turing-Maschine simulieren kann. Ja, aber wie gesagt, theoretische Informatik, wenn der Begriff Turing-Maschine mal interessiert, Sie können gerne mal einfach nach Turing-Maschine oder Turing-vollständig auf Wikipedia nachlesen. Dort wird es auch normal, da kann man ganz viele Sachen nachlesen. So, aber wir wollen ja nicht mit Dezimalarithmetik arbeiten, sondern mit anderer Arithmetik, nämlich mit Dezimalzahlen und Binärzahlen. Entschuldigung, mit Binärzahlen und Hexadezimalzahlen. Dazu hier nochmal die allgemeine Berechnungsvorschrift abgebildet. Und jetzt machen wir es mal mit Binärzahlen. Dazu wechsle ich jetzt mal auf mein Zeichentablet. Und ich hoffe, das stürzt nicht ab, weil es ist schon altersschwach. Ja, also das ist jetzt mal die Binärzahl 1001b. Also bei Binärzahlen gibt es nur 0 und 1, weil es sind ja zwei Zustände, ist zur Basis 2. Ja, und deswegen gibt es nur 1 und 0. Und jetzt machen wir mal eine Berechnung mit der allgemeinen Berechnungsvorschrift. Also der Wert von B ist die Zahl an der Stelle, also 1. Hier, die Zahl an der Stelle mal Basis, also 2. Hochposition, das ist ja 0, 1, 2, 3. Müsste gerade noch so aufs Bild passen. 0, 1, 2, 3. 0 mal 2 hoch 3. Entschuldigung, 0 mal 2 hoch 2. Plus 1 mal 2 hoch 0. Ja, und wie schon einer richtig schreibt, ergibt das Dezimal 9. Das ist also 9 Dezimal. Das heißt, diese Zahl, die hier abgebildet ist im Binärsystem, entspricht Dezimal der 9. Das kann man aber auch einfacher haben, weil da gibt es noch einen einfachen Trick. Ich schreibe die Zahl nochmal auf. Und zwar die Regel ist, jede Stelle steht für eine Zweierpotenz im Dezimalsystem, von rechts nach links gelesen. Also die erste Ziffer ist eine 1. Diese 2 ist die Basis, weil Binärs Basis 2. Das heißt, es gibt zwei Zahlen in dem System. Bei Dezimal ist die Basis hier 10, da gibt es 0 bis 9. Ja, und der einfache Trick, um ohne viel Rechenarbeit das zu machen, sie haben also 1, 0, 1. Und jetzt mache ich hier mal, schreibe ich hier hin, 1, 2, 4, 8. Das bedeutet also, ich mache hier, ich schreibe hier die Zweierpotenzen im Dezimalsystem drüber. Und die Regel ist, wenn die Zahl, wenn das Bit gesetzt ist, dann addieren sie einfach den Wert. Das heißt, in dem Fall ist es gesetzt für die 1 und die 8. Das heißt, sie machen 8 plus 1 und das ist 9. Also so berechne ich das immer quasi im Kopf. Bei kurzen Sachen einfach, sie gucken, wo sind die 1er-Bits gesetzt und dann addieren sie die entsprechende Zweierpotenz an der Stelle. Führt beides zum gleichen Ziel, das obere ist halt etwas länger. Ja, also das sind Binärzahlen. Merken Sie also, Binär ist von 0 bis 1 und hier ist dargestellt, wie man das von Binär in Dezimal umrechnet. Wie man Dezimal in Binär macht, kommen wir gleich noch drauf. Die Zahlen da drüber, die blauen, das sind Zweierpotenzen. Also 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und 2 hoch 4. Entschuldigung, das ist 2 hoch 0. Hexadezimalzahlen sind was anderes, auf die kommen wir jetzt noch zu sprechen. Das sind jetzt erstmal Binärzahlen, die haben also zwei Basen, 0 und 1. Und wenn das Umrechnen Ihnen noch nicht klar ist, das machen wir auch nächste Woche im Praktikum in Ruhe. Da rechnen wir nochmal ein paar Zahlen durch. Dann macht das vermutlich für Sie vielleicht mehr Sinn, wenn wir es etwas weniger in Hektik machen. Ja, also das ist Binär und jetzt kommt noch Hexadezimal. Ich sehe mich schon im Anschluss die Rasenmähergeräusche und die Laubbläsergeräusche rausschneiden. Genau, also jetzt kommt Hexadezimal. Hexadezimal ist zur Basis 16. 16 bedeutet, Sie haben die folgenden Zeichen, 0 bis 9 und A bis F. Weil man muss ja irgendwie 16 Zeichen abbilden. Man findet einfach die Zahlen von 0 bis 9 und im Anschluss die Buchstaben A bis F. Deswegen mache ich auch immer diese Marker dahinter. Sonst ist nicht klar, wenn da irgendwie eine 6 steht, ist das jetzt Hexadezimal oder Dezimal. Das ist wegen der Eindeutigkeit. Jetzt schreibe ich mal eine Hexadezimalzahl an. Ich sage mal, h ist gleich, ja, h ist 100 a h. Das kleine h steht dafür, dass es eine Hexadezimalzahl ist. Und die Zahl heißt halt 1, 0, 0 a. Und das möchten wir jetzt mal in Dezimal umrechnen. Mit der gleichen Rechenvorschrift wie gerade eben. Also im Prinzip 1 mal 16 hoch 3. Genau, das ist eine einheitenlose Zahl. Das machen wir halt nur per Konvention so, wenn man mit verschiedenen Basen arbeitet, dass wir d, h oder b verwenden. Genau, also es gibt d, h und b. Das mache ich immer für die Eindeutigkeit. Das ist aber eine einheitenlose Zahl korrekt. Ja, also ich mache 1 mal 16 hoch 3 plus 0 mal 16 hoch 2. Also 0 mal 16 hoch 2 plus... 0 mal 16 hoch 2 plus... Ja, auch wieder jetzt 0 mal 16 hoch 1 plus... Das passt jetzt nicht hin, ich schreibe es mal drunter. 10 mal 16 hoch 0. Warum ist denn da jetzt die 10? Na, ich habe quasi weitergezählt, weil es gilt ja... Moment, a ist gleich... a ist ja 10, b ist 11, c ist 12, d ist 13, e ist 14, f ist 15. Wenn man das jetzt in Dezimal umwandelt. Deswegen habe ich jetzt hier direkt hingeschrieben 10 mal 16 hoch 0, weil das Ergebnis ist ja eine Dezimalzahl. Ja, die Basis bei Hexadezimal ist immer 16. Ja, und das berechnet sich jetzt natürlich schlecht, aber Sie können ein Potenzgesetz anwenden, weil es gilt... Zumindest für das Erste gilt erstmal... 16 hoch 3 ist das gleiche wie... Das finden Sie übrigens auch auf den Folien, also Sie müssen das jetzt nicht mitschreiben, es gibt ja auch ein Wort danach. 16 hoch 3 ist das gleiche wie... 2 hoch 4 hoch 3... Und das ist das gleiche wie 2 hoch 4 mal 3... Und das ist das gleiche wie 2 hoch 12... Und mit zweier Potenz und rechnet es sicher viel schöner, das ist 4096. Keine Sorge, in der Prüfung werden Sie keine Potenzgesetze anwenden müssen, wir werden nur mit kleinen Zahlen rechnen, die man im Kopf berechnen kann. Genau, also die erste Zahl ist 4096... Und die anderen Zahlen alle aufradiert ergibt 5006 Dezimal. Ja, das ist jetzt recht unübersichtlich. Ja, also man kann sagen, 100 A Hex ist 5006 D. Ich gehe mal auf die PowerPoint-Fold zurück, das ist vielleicht übersichtlich hier. Hier ist es nochmal sauber berechnet. Das ist im Prinzip Hexadezimal, Basis 16... Ziffern von 0 bis F... Ja, und 100 A Hex ist quasi 5006 Dezimal. Und dann gibt es noch das Oktalsystem, wenn Sie das mal gehört haben, das hat... Mir fällt keine praktische, sinnvolle Relevanz davon ein, das lassen wir weg. Das hat Basis 8. Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich schreibe mal Buchstaben dahinter. Hier ist nochmal eine erklärende Folie dazu. Erstmal, wie gesagt, die Angabe der Basis ist wichtig. Also ich werde darauf achten, immer wenn wir mit verschiedenen Zahlensystemen arbeiten in dieser Veranstaltung, mache ich die Basis dahinter. Das heißt, 1001 D ist 1001 D, 1001 B ist 9 D und 1001 H ist 4097 D. Ja, das Hexadezimalsystem ist wichtig, weil darüber werden wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Ja, ein Alternativ kann man anstatt H auch 0x verwenden. Das werden Sie in Programmiersprachen häufiger sehen. Die schreiben dann 0x davor, anstatt dem H dahinter. Na, das Hex vorne steht ja, die 1 steht ja für eine 1. Das ist also 4096 plus 1. Und wir können das aber gerne mal, ja, wir können es auch gerne mal nachprüfen. Ich wollte Ihnen jetzt eh mal was zeigen. Genau, was ich jetzt hier mal aufmache, damit werden wir auch noch arbeiten, ist ein Auszug aus diesem Jupyter. .hasmitweiter.de, also dem richtigen, wo Sie Ihr Passwort eingeben dürfen. Und was Sie dann quasi haben, ist erstmal so eine Art Taschenrechner. Ich habe das hier mal im Kleinen gemacht. Wenn ich das groß mache, würden Sie quasi sowas hier sehen. Bis auf dieses Wort Zahlensystem. Da leuchtet irgendwie was vom Präsentationsprogramm durch. Genau, also das ist quasi dieses Jupyter. Und das werde ich jetzt mal als Taschenrechner nutzen. Und Ihnen mal zu zeigen, dass man mit dem Jupyter auch Umrechnungen machen kann. Ja, es war 1001 in allen Variationen. Genau, also im Prinzip, das Ding hier kann man auch als Taschenrechner nutzen. Müssen Sie jetzt nicht mitmachen. Sie können ja auch Jupyter noch nicht einsetzen. Das machen wir dann nächste Woche zusammen. Ich möchte jetzt gerne mal die Zahl 1001, das ist jetzt dezimal, in verschiedene Zahlensysteme umrechnen. Und das gibt das hier auch her. Ich rechne jetzt mal die 1001 in hexadezimal um. Entschuldigung, Schwachsinn. Ich will natürlich diese Zahl als hex interpretieren nach dezimal. Entschuldigung, falschrum. Genau, also ich möchte diese Zahl hier als hexadezimal. Bei Python muss man dazu 0x davor schreiben. Und dann kommt die Dezimalzahl zurück. Das heißt 0x1001 ist 4097 Dezimal. Und jetzt gebe ich das mal noch binär ein. Das ist bei Python 0b101, glaube ich. Genau. Wenn ich es binär eingebe, ist es eine 9. Das heißt, Sie können damit auch quasi zwischen verschiedenen Zahlensystemen umrechnen. Wenn ich jetzt beispielhaft hier mal mache, das machen wir dann auch nochmal im Praktikum in Ruhe. Wenn ich jetzt hier eingebe hex, diese Binärzahl kommt daraus 0x9. Genau. Und damit können Sie quasi mit dem Jupyter hier Umrechnung machen. Ist manchmal recht praktisch. Ja. Und das zeigt auch, dass 0x1001 auch 4097 Dezimal ist. Das funktionierte also. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das, was ich hier auf der Brüche stehe, habe ich auch direkt in Python umgerechnet. Das habe ich nicht selber berechnet. Ja. Und hier nochmal die 1 zu 1 Zuordnung zwischen Dezimal, Binär und Hexadezimal. Also was Sie hier sehen können ist, ja, also bei 0 und 1 ist es bei beiden gleich. Das Jupyter, das ist ein Online-Service. Da müssen Sie nichts einrichten. Das ist der, der immer Fehler 500 geliefert hat vor zwei Wochen. So, dann haben Sie hier Dezimal 2. Das ist Binär 1,0. Dezimal 3 ist 1,1. Oder Hexadezimal 3 und so weiter. Und ab der 16 hier, ab der 16 ist es halt Binär 1,0,0,0 und Hexadezimal 10. Ja, warum gibt es kein universelles Zahlensystem? Na, das liegt einfach daran. Das ist halt so Gewohnheitssache. Wie gesagt, das 10er-System hat sich vermutlich entwickelt, weil das halt von der Anzahl der Finger her passt. Daher war es so intuitiv, da im 10er-System zu zählen. Ich hatte ja am Anfang erzählt, das 60er-System war für die Uhrzeit. Und wurde früher halt noch für andere Sachen verwendet. Ja, und bei Schaltungen hat es sich halt angeboten, nur 0 und 1 zu verwenden, einfach weil die Schaltung dadurch einfacher wurde. Also man könnte halt Haufen Elektronik sparen durchs Binär-System, weil das halt viel einfacher ist, wenn man nur zwei Sachen schalten muss, anstatt zehn. Ja, und hier ist mal dargestellt, wie man von Dezimal zu Binär umrechnet. Das rechne ich auch nochmal jetzt vor. Ja, also ich möchte jetzt gerne mal die 217 Dezimal in Binär umrechnen. Ja, wie ist da das Vorgehen? Also sie teilen quasi durch die Basis und ermitteln dann den Rest. Also Rest-Division, das kennen Sie vielleicht noch aus der Grundschule. Anstatt dass da eine Kommazahl rauskommt, geben Sie dann als Rest an, wie viel Sie quasi noch als Übertrag quasi haben. In dem Fall kann der Rest nur 1 oder 0 sein, weil es ist ja eine Division mit 2. Und was machen wir also? Wir machen erstmal 217 durch 2. Also 217, ich lasse jetzt mal das D weg. 217 durch 2, das ist 108. Also 108,5 im Prinzip, aber ich dachte, wir rechnen mit Rest. Das heißt, da gibt es jetzt einen Rest entstanden von 1. Also wenn es nicht eindeutig ist, sollten Sie ein D dahinter schreiben, ansonsten schreiben Sie es nicht dahinter. Aber Hex und Binär sollten Sie immer H oder B dahinter schreiben. So, jetzt haben wir ja 108 Rest 1 raus. Jetzt nehmen wir die 108 und teilen wieder durch 2. Das ist ja 54. Rest 0, weil es ging ja direkt auf, keine Kommastelle. Ja, dann 54 durch 2 ist ja 27, Rest 0. 27 durch 2 ist 13, Rest 1. Dann noch 13 durch 2 ist 6, Rest 1. Dann 3 Rest 0, dann machen wir 3 durch 2. ist 0, Rest 1 und sobald Sie 0 raus haben, sind Sie fertig. Und jetzt lesen Sie von unten nach oben die Binärzahl ab. Die ist dann also 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, B. Ja, bei Hex zu Dezimal geht das ähnlich. Bei Hex zu Dezimal empfehle ich vorher, meine Empfehlung ist da einfach, statt Hex vorher in Binär umzurechnen und dann die Binärzahl nach Dezimal. Binärzahlen mit Nachkommastellen, also Floatingpoint oder Gleitkommazahlen machen wir nicht. Aber Sie kennen vielleicht diesen Kanal auf YouTube Mathematik mit Daniel Jung, heißt der glaube. Der hat ein Erklärvideo, wie man Dezimalkommazahlen nach Binärkommazahlen umrechnet. Das ist relativ widerlich. Aber wen das interessiert, der kann gerne mal das Video dazu gucken. Da wird das anschaulich erklärt. Das Rechenbeispiel möchte ich aber gerne auslassen. Wir werden nur mit Ganzzahlen arbeiten. Ich kann es aber dann mal noch im Anschluss auf Moodle verlinken. Ich glaube, den kennt jeder, weil der hat vermutlich gut. Zum Herzen gab es den, glaube ich, noch nicht aus YouTube gerade so langsam groß geworden. Aber ich glaube mittlerweile, jeder von Ihnen kennt diesen YouTube-Kanal. Da werden sehr viele Mathe-Themen besprochen. Ja, also die Rechenregel ist, Sie teilen so lange durch 2 und damit dann den Rest bis 0 rauskommt. Und dann lesen Sie von unten nach oben die Zahl ab. Das ist hier auch nochmal sauberer auf der Folie dargestellt, was MSB und LSB bedeuten. Kommt später noch. Ja, und jetzt ist noch die Frage, erstmal, wie rechnet man binär ein Hexadezimal um? Das geht folgendermaßen. Ja, also jetzt hatten wir gerade ein Dezimal nach binär. Also wir hatten jetzt D nach B. Also D nach B können wir jetzt einen Haken machen. Jetzt machen wir B nach H. So, angenommen, wir haben die Binärzahl 1011, 0100, 1110, 1001B. Also meine Empfehlung ist, schreiben Sie immer in Viererblöcken die Zahlen. Also einfach ein bisschen Leerraum lassen. Weil Hexadezimal ist ja bis zu 16. Das heißt, da gehen die Viererblöcke genau auf. Rechnen wir das doch mal. Wir rechnen jetzt jeweils die Viererblöcke ins Dezimalsystem um. Und dann von Dezimal einfach diese Zahl in Hexadezimal. So mache ich das immer. Beispiel. Wir haben ja jetzt die ersten Block hier. Also hier ganz hinten den Block. Der hier. ist 1001. Und ich hatte ja erzählt, wir schreiben die Zweierpotenzen drüber. Also 1248. Ja, also 1248. Und jetzt addieren wir alle Werte, wo eine 1 gesetzt ist. Also 1 plus 8 ist 9. Hier steht also eine 9 in Hexadezimal. Gleichermaßen verfahren wir bei dem Rest. Hier schreiben wir jetzt auch wieder drüber. 1, 2. Ja, 1248. Jetzt addieren wir 2 plus 4 plus 8. Das ist ja 14 Dezimal. Also das wäre 14 Dezimal. Und 14 Dezimal ist ja Hexadezimal E. Hier kommt also ein E hin. So, jetzt die anderen Blöcke noch. Auch wieder 1, 2, 4, 8. Die merken also, sie müssen bis 15 im Kopf addieren können. Das ist jetzt nicht... Das ist gerade noch so ohne Taschenrechner schaffbar, denke ich mal. In dem Fall müssten wir gar nichts addieren. Dann ist es nur die 4. Ja, und am Ende auch nochmal 1, 2, 4, 8. Ist also 1 plus 2 plus 8. Das ist 11 Dezimal. Und 11 Dezimal entspricht Hexadezimal dem B. Das heißt, diese 16-stellige Binärzahl bedeutet umgerechnet jetzt in Hexadezimal B4E9hex. Und was also ein Dezimal ist, keine Ahnung, die ist ziemlich groß, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es jetzt B4E9hex. Ja, das ist jetzt quasi, die Zahlen auf kompakte Weise darzustellen. Weil anstatt, dass sie immer 4-Bit schreiben müssen, müssen sie immer nur einen Buchstaben schreiben. Das ist also quasi einfach eine kompaktere Art, Binärzahlen darzustellen. Das würde ich sagen, so der Hauptsinn von Hexadezimalzahlen. Ja, und in umgekehrte Richtung geht natürlich analog. Das heißt, wir möchten jetzt einfach mal 9 Hex nach Binär umwandeln. Ich mache jetzt mal einfach mal 9 Hex. Möchte ich nach Binär. Da können Sie sich ja überlegen, das ist 8 plus 1. Und wir wissen ja, die Zahlenreihenfolge ist hier 1, 2, 4, 8. Und wie kommt man zur 9? Das ist 8 plus 1. Das heißt, da muss eine 1 stehen. Und da muss eine 1 stehen. Beziehungsweise Sie können natürlich auch mit 2 dividieren. Also 9 durch 2 ist natürlich aufwendig. Also 9 durch 2 ist 4, Rest 1. 4 durch 2 ist 2, Rest 0. 2 durch 2 ist 1, Rest 0. Das so rumlesen und abschreiben. Das, was ich hier quasi berechnet habe, habe ich jetzt einfach im Kopf daneben gemacht. Also das muss man ein bisschen üben. Aber im Prinzip Binär zu Hex und Hex zu Binär ist eigentlich relativ einfach, weil es sind immer 4-Bit-Gruppen, mit denen man arbeiten muss. Das heißt, es geht von 0 bis 15. Ja, damit können wir jetzt Dezimal nach Binär rechnen. Binär nach Dezimal hatten wir ja schon am Anfang. Hex nach Binär können wir auch. Hex nach Dezimal hatten wir auch. Das war das mit dem 16 hoch. Irgendwas ist halt schlecht zu rechnen. Deswegen empfehle ich einfach, den Umweg über Binär zu machen. Jetzt wissen Sie erst noch nicht, wie man die ganzen Zahlensysteme umrechnet. Jetzt komme ich mal noch auf Bits zu sprechen. Also ich habe ja jetzt immer so von Ziffern gesprochen. Oder ich habe, glaube ich, schon ab und zu mal das Wort Bit erwähnt. Also eine Binärzahl mit 13 Stellen. Also in der Regel gilt, das ist eine gute Frage. Also in der Regel, es gibt ja auch den Fall, dass man mal schiefe Mengen hat. Zum Beispiel irgendwie 5-Bit oder sowas. Also irgendwie, was weiß ich, 1, 0, 0, 0, 0. Das wäre ja irgendwie, ist ja kein Vielfaches von 4. Was macht man da? Man führt einfach führende Nullen ein, bis es passt. Genau, Sie machen einfach eine Füllung mit Nullen, bis es aufgeht. Das war's. Es ist wie im Dezimalsystem, führende Nullen werden ignoriert. Deswegen können Sie beliebig viele Nullen davor machen. Macht im Dezimalsystem nur niemand. Ja, also was ist ein Bit? Also ein Bit ist erstmal die kleinstmögliche Informationseinheit. Und die passt daher sehr gut zum binären Zahlensystem. Ein Bit hat quasi so zwei Zustände. Der System ist, was das bedeutet, natürlich kontextabhängig. 0 oder 1, an oder aus, war oder falsch. Oder irgendwas anderes, Abstraktes, wie Tag oder Nacht. Oder Katze oder Hund. Es lässt sich also immer genau zwei Sachen abbilden. Mit einem Bit. Und das binäre Zahlensystem ist ja quasi eng mit dem Bit verbunden, weil das binäre Zahlensystem wird ja quasi nur bei der elektronischen Schaltung verwendet. Aber natürlich gibt es auch viele Fälle, wo zwei Zustände nicht ausreichen. Zum Beispiel, wir haben jetzt irgendwie Tag oder Nacht. Da war es zum Beispiel, wenn Sie so Jahreszeiten abbilden wollen, da bräuchten Sie schon vier Zustände. Ja, und in dem Fall verkettet man einfach die Bits. Und dadurch bekommt man zwei hoch n mehr Möglichkeiten. Also als Beispiel, Sie haben jetzt zum Beispiel ein Bit. Da gibt es zwei Möglichkeiten, weil zwei hoch eins. Oder Sie haben zwei Bit. Dann gibt es vier Möglichkeiten. Drei Bit, acht Möglichkeiten. Also es steigt relativ schnell an. Also steigt quadratisch. Zwei hoch vier, 16. Immer so weiter. Zwei hoch acht, 256. Zwei hoch 16, 65.000. Zwei hoch 24, 16 Millionen. Und naja, wird halt immer viel, wird halt sehr schnell sehr groß. Das haben so Quadratzahlen an sich. Genau, und Sie merken also, je größer die Zahl ist. Und angenommen, Sie müssen da alle Möglichkeiten durchprobieren, wie ja schon einer richtig erwähnt. Je größer die Zahl ist, desto länger dauert die Berechnung. Das werden wir später noch bei so Verschlüsselungsverfahren sehen. Da gibt es dann sowas wie zwei hoch 4096. Und da basiert dann die Sicherheit einfach darauf, dass es niemand berechnen kann, weil die Zahl viel zu groß ist. Ja, also merken, wenn Sie mehr als zwei Möglichkeiten brauchen, einfach mehr Bits hintereinander schreiben. Und was ich noch ausgelassen habe, ist, der Anfang und das Ende von Bits, von Bitfolgen haben eine besondere Bezeichnung. Das niederwertigste Bit ist das LSB und das höchstwertigste Bit ist das MSB. Um das MSB zu markieren, muss natürlich die Datenbreite bekannt sein. Also Sie müssen wissen, wie viele Bits sind. Ja, genau, das Zahlensystem umrechnen kommt vor, aber es kommen nur Zahlen dran, die man im Kopf hinbekommt. Nein, Taschenrechner ist nicht erlaubt. Die Zahlen sind wirklich sehr klein. Wir werden mit 4 Bit oder sowas rechnen oder 5 Bit, also Zahlen bis 32, das ist alles Zeug. Das kann man nach Problemen im Kopf berechnen. So, und angenommen, Sie haben jetzt also mehrere Bitfolgen, zum Beispiel 2 Bit, haben Sie ja vier Möglichkeiten, zwei Quadrat. Macht also vier Möglichkeiten. Dann können Sie zum Beispiel jetzt die Jahreszeiten kodieren. Sie sagen zum Beispiel, legen zum Beispiel irgendwie fest, 0,0 ist Frühling, 0,1 ist Sommer, 1,0 ist Herbst und 1,1 ist Winter. Dann haben Sie mit jetzt zwei Bit vier Zustände kodiert. Das heißt also, Sie müssen nicht unbedingt die Bits irgendwie als Zahl auffassen, sondern Sie können den Bits auch noch eine andere konkrete Bedeutung geben. Angenommen, Sie haben oder so was anderes, was weiß ich, wenn Sie irgendwie eine Motorsteuerung oder sowas haben, können Sie ja so machen, wie 0,0 heißt, der Motor läuft nicht, 0,1 ist vielleicht die Geschwindigkeit, ist vielleicht erst an. Und 1,0 ist quasi, ist die Laufrichtung rückwärts und so weiter. Sie können also quasi verschiedene Bits mit verschiedenen Funktionen belegen. Und wenn Sie dann 3 Bit haben, können Sie quasi dann 2 hoch 3 Sachen abbilden, also 8. In dem Fall hier hat er halt jede konkrete Kombination eine Bedeutung. Was auch noch sein kann, ist, dass jede konkrete Stelle eine Bedeutung hat. Also hier ist ja zum Beispiel 0,1 ist Sommer, aber bei Winter ist die 1 hier hinten auch gesetzt. Ja genau, wenn wir Netzwerke erreichen, werden wir noch sehr viel Spaß mit Bits haben. Das ist eine gute Anmerkung. Ja also, wir kennen auch diese schöne Liste hier, LS minus L, hatte ich jetzt hier nochmal im Praktikum gesehen. Da gibt es ja diese Bits hier, RWX, die 3 mal vorkommen. Und auch dieses RWX hier wird bitweise kodiert. In Dreiergruppen. Das ist übrigens, weil Dreiergruppen sind oktal, aber das kann uns eigentlich egal sein, dass es oktal ist. Wir sagen einfach, das sind 3 Bit. So, dann gilt quasi, das ist Bit 0, das ist Bit 1, das ist Bit 2. Das bedeutet also, wenn, in dem Fall wäre das 1,1,1 intern. Das heißt, jede konkrete Position ist eine Bedeutung. Oder Sie haben, was weiß ich, R'X, dann wäre das 1,01. Und das heißt, hier markiert das Bit quasi anhand seiner konkreten Position die Berechtigung. Das ist also was anderes, als bei den Jahreszeiten, wenn ich die nochmal parallel aufschreibe. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also Sie sehen eigentlich schon den konkreten Unterschied. Also bei der Aufzählung mit den Jahreszeiten waren jeweils beide Bits zusammen, wurden da jeweils betrachtet. Und hier bei den Berechtigungen wird jeweils einem konkreten Bit eine Bedeutung zugeordnet. Das ist der Unterschied zwischen Bit Muster und Bit Flex. Also das ist ein Muster und das hier ist eine Flex. Und der semantische Unterschied ist halt, bei Muster ist jede Kombination relevant und bei Flack ist die konkrete Stelle relevant. Zum Beispiel R' wäre dann 1,00. Und wenn Sie da drüben zum Beispiel Frühling, Sommer kodieren würden, also Frühling, Sommer, wäre das ja 0,001. Auf jeden Fall semantischer Unterschied zwischen Flack und Muster. Zeigt halt, dass man Bits auf verschiedene Arten nutzen kann. Genau, also eine Flack ist quasi an und aus. Ja, genau. Und wie Sie die Jahreszeiten belegen, können Sie willkürlich machen. Also Sie können auch sagen, dass Winter 0,00 ist und Frühling 1,1. Ich meine, Sie müssen ja quasi, angenommen, es ist irgendeine Schaltung, die, was weiß ich, Sie steuern damit irgendein Display an von einer Wetterstation, die irgendwie die Jahreszeit oder was weiß ich, so Sonne oder Wolke oder sowas ansteuert. Sie schicken da halt so 1,1 hin und Ihr Display muss dann halt wissen, bei 1,1 soll es halt eine Schneeflocke rendern oder darstellen. Also im Prinzip, was Sie da verbitzen, wie das geschalten ist, das ist natürlich davon abhängig, wie die Elektronik designt ist. Das wird vermutlich am meisten noch so die E-Techniker zum Beispiel betreffen, die vielleicht auch mal selber mal so kleine Systeme mal aufbauen dürfen. Da wird das nochmal ein Thema sein. Und in der Regel ist halt bei der ganzen Elektronik ist da meist so ein Handbuch oder sowas dabei, wo das drinsteht. Sie können Unix-Rechte auch mit Dezimalzahlen setzen. Also das hier ist quasi Berechtigung 7. Das ist Berechtigung 5. Und das ist Berechtigung 1. Ja, also Sie können auch Rechte als Dezimalzahl setzen. Ah ja, im Prinzip also, das linke schlacht immer an oder aus. Und das rechte ist eine beliebige aneinander. Ist eine beliebige Kombination von Bits, um einen konkreten Wert zu bekommen. Ja, richtig. Ja, stimmt. Das letzte ist eine 4. Guter Einwand. Genau, und jetzt erwähnt hier jemand chmod. Das kommt auch in diesem Praktikum, das kommt auch in einem Video vor, was Sie sich noch anschauen sollten. Genau, also chmod. Da übergibt man drei Zahlen. Das ist ja Nutzer, Gruppe, andere. Genau, in dem Fall wäre es halt 754, würden Sie dann setzen. Und dann würde halt in dem Fall, dass oben Nutzer wäre, könnte der alles. Die Gruppe könnte lesen, ausführen und alle anderen könnten lesen. Ja, genau das bedeuten diese konkreten Zahlen. Und so ist die Zuordnung. Warum 754? Also ich habe jetzt einfach diese Werte hier von Binär in Dezimal umgerechnet. Genau, und hier hatte ich es ja auch gesagt, bei Hexadezimal schreibt man in der Regel in Zweierblöcken, also in Gruppen von 8 Bit. Das heißt, nach jeweils zwei Hexwerten machen Sie ein Leerzeichen rein. Also hier ist ein Leerzeichen. Das ist einfach so Konvention, weil das macht es einfacher lesbar. Also quasi Bits immer in Vierergruppen und Hexadezimal immer in Gruppen von je zwei Hexzahlen, also 8 Bit. Und da fragt sich natürlich, warum Vierer und Achterblöcke? Das hat erstmal historische Gründe. Also man hat festgestellt, mit Zweierpotenzen lassen sich Schaltungen ziemlich gut aufbauen. Und die Speicheradressierung des Computers ist auch in Vielfachen von 8. Und mittlerweile ist eigentlich alles Vielfaches von 8. Früher gab es solche Sachen wie Vielfache von 7 oder so. Und wir haben dann gemerkt, das ist irgendwie unpraktikabel. Deswegen ist es immer Vielfache von 8. So ein 8 Bit Prozessor ist zum Beispiel der Z80. Der ist im uralten Gameboy drin. Den hat vermutlich keiner mehr von Ihnen jemals gesehen, außer im Museum. Und in manchen Taschenrechnern. Dann zum Beispiel der Intel 8086. Das ist so der Vorgänger Ihres normalen hier Laptop- oder Desktop-Prozessors. Das ist ein 16-Bit-Prozessor. Dann gibt es zum Beispiel 32-Bit-Prozessoren. Und mittlerweile auch in Android-Smartphones und so weiter und auch bei Mac OS, iOS und so weiter gibt es eigentlich nur noch 64-Bit-Prozessoren. Das heißt, die arbeiten mit Bereichen, die immer 64-Bit groß sind. Und das ist eigentlich alles ab dem Code 2 Duo-Prozessor 2006. Das heißt 64-Bit. Ja, und dieser ARM M1 ist auch ein 64-Bit. Und das ist quasi die Menge an Speicher, die adressierbar ist. Die können wir mal legen. 2 hoch 64. Das ist sehr viel, wenn man das ausrechnet. Also man sagt, man spricht da irgendwie von Bit. Ich weiß nicht, warum man da nicht von Byte redet, aber nee, man redet von Bit. Ja, und natürlich diese Breite und natürlich hier diese Breite von 8, die wird natürlich auf Programmiersprachen übertragen. Zum Beispiel Hochsprachen wie C verwenden zum Beispiel für den Character 8-Bit, für Short 16-Bit und für den Integer und für Long 32-Bit. Und in Android gibt es auch noch 64-Bit-Zahlen. Also quasi die Datenbreite des Prozessors ist auch immer in den Programmiersprachen ersichtlich, weil ja die Programmiersprachen immer eine direkte Zuordnung zu Prozessorwerten sind. Was das damit auf sich hat, das berechnen wir dann noch in Rechnerarchitektur. Das machen wir nächste und übernächste Vorlesung. So, und hier noch einige allgemeine Begriffe. 4-Bit wird bezeichnet als Nibble oder Halbbyte. 8-Bits sind 1-Bit, 16-Bits sind ein Word und 32-Bits sind ein Double-Word und ich glaube 64-Bits sind dann Quad-Word. Aber das nutzt fast niemand. Und das ist häufig, dass man eigentlich nur dieses Byte. Word hört man ab und zu mal, aber D-Word eigentlich nie. Ja, und hier sind mal verschiedene Speichergrößen abgebildet. Also wer sich damit noch nicht auskennt, also wir hatten ja bei LS-L immer mal so was wie 512 Byte stehen. Und hier sind mal die Umrechnungen. Also die Umrechnung ist immer 1024. Und um mal so Größenordnung zu haben, so eine durchschnittliche Festplatte heutzutage hat 4TB an Speicher. Und so eine DVD zum Beispiel, also wo so ein Film drauf ist, diese alten, runden, glitzernden Dinger, die niemand mehr zu Hause hat, weil man alles im Internet streamen kann, die haben so 4,7 Gigabyte gefasst. Ja, und die Umrechnungszahl ist immer 1024, also 1024 Byte sind Kilobyte, 1024 Kilobyte, Megabyte, dann kommt Gigabyte, Terabyte, Petabyte und dann Exabyte. Terabyte ist schon mittlerweile relativ gängig. Und Petabyte erreicht man privat zumindest kaum, aber in Rechenzentren ist das kein Thema. Genau, jetzt fragt man rein, es gibt hier irgendwie auch noch das 1000 da, das nennt sich dann komischerweise so Kibibyte und Maybebyte und so weiter. Also zum Beispiel der MacOS-Dateibrowser rechnet mit 1000 und der von Windows mit 1024. Sie haben vielleicht schon mal sowas gemerkt, Sie bauen eine neue Festplatte ein, die hat ja 4 Terabyte laut Beschriftung und dann machen Sie das im Windows Explorer auch und sehen irgendwie, die hat nur 3,6 Terabyte. Das liegt einfach daran, auf der Schachtel steht halt 4 Terabyte in 1000 gerechnet drauf und Windows rechnet mit 1024. Deswegen könnte man sagen, das ist so ein bisschen Betrug am Kunden. Aber wenn Sie es bei MacOS einbauen oder bei Linux mittlerweile auch, wird das mit 1000 gerechnet. Das heißt, dort steht dann auch wirklich 4 Terabyte. Ja, das sind die Umrechnungen. Zumindest so Kilo, Mega, Giga, Tera sollte man sich vielleicht merken. Das Größere braucht man in der Praxis fast nie. Ja, und natürlich die 1024, das ist ja 2 hoch 10. Und generell hängt auch die Bedeutung eines Bytes vom Kontext ab. Sie haben zum Beispiel 41 Hecks als Byte irgendwo rumliegen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet denn das 41 Hecks? Das ist immer komplett vom Kontext abhängig. Also wenn Sie irgendwo auf dem Datenträger sich ein zufälliges Byte auswählen, können Sie nicht sagen, was dieses Byte bedeutet. Das ist immer kontextabhängig. Das kann zum Beispiel bedeuten, die Dezimalzahl 65, der Buchstabe A, warum das Buchstabe A ist, kommen wir noch darauf zu sprechen, oder den Farbwert 65 in einem Graustufenbild. Das ist so ein mittleres, das ist so ein dunklerer Grauton. oder Sie haben ein Bitmuster 0100001 und das heißt halt mit diesen gesetzten Bits oder es ist der x86, also auf Intel Maschinencode-Befehl erhöhe das Register CX-1. Das letzte wird auch noch in der kommenden Forschung besprochen. Auf jeden Fall merken, es ist immer kontextabhängig, was das bedeutet und das heißt auch bei irgendwelchen Aufgaben muss immer dastehen, was es bedeutet. Ja, und da gibt es natürlich Tools, um sich das so anzeigen zu lassen. Dafür gibt es sogenannte Hexeditoren. Ich mache hier mal beispielhaft mal einen auf. Ja, also das hier ist ein sogenannter Hexeditor. Mit Hexeditoren kann man sich quasi die Inhalte von beliebigen Dateien anzeigen lassen in Hexadezimal. Was ich hier offen habe, ist das Programm 0100 Editor. Das ist ein kommerzieller Hexeditor und wir werden auch generell nicht mit Hexeditoren arbeiten. Ich will Ihnen auch mal zeigen, wie man das Ding anzeigt. Ist eigentlich recht anschaulich. Ja, also zum einen, was zeigt das an? Sie bekommen ja so in Gruppen zu je... Ja, also erstmal in diesem richtig breiten Block von 0 bis F, das ist ja grau beschriftet, also in diesem breiten Block hier, das sind jeweils also 16 Byte und das ist in Hexadezimal. Das heißt, Sie haben ja jeweils Blöcke von 8 Bit und da Sie 16 solche Blöcke haben, ergibt das dann natürlich 16 Byte und das sind 16 Byte, weil es dann mit der Zählung gut funktioniert, weil das ja Hexadezimal ist. Sie sehen hier links 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, A0, B0 und so weiter. Der ist also so angeordnet, dass das Hexadezimal Sinn macht. Und ich habe hier jetzt gerade offen ein Bild. Das ist dieses Bild hier. Habe ich jetzt mal in meinem Hexeditor geöffnet. Das ist einfach ein unkomprimiertes Bild mit so einem Quersprich. Und so eine Bitmap-Datei beginnt quasi immer. Da war auch die Frage heute im Praktikum, weil es bei Linux ja keine Dateiendung gibt, wie erkennt denn Linux, was es für ein Dateityp ist? Der Dateityp steht in der Regel am Anfang als Bytefolge. Bei Bitmap-Dateien fängt es immer an mit 42 4D-Hacks. Und wenn man das als Buchstaben interpretiert, das steht hier drüben, ist das BM. Warum das diese Buchstaben sind, soweit sind wir noch nicht. Aber im Prinzip dieses Hex-Wert hier drüben wird immer hier drüben dann als Buchstabe oder wenn es kein druckbarer Buchstabe ist, als Punkt angezeigt. Und so erkennt Linux zum Beispiel, dass es eine Bitmap-Datei ist, also ein Bild. Einfach darum, weil es hier mit BM anfängt. Da ist auch keine Dateiendung relevant wie bei Windows. Linux guckt halt einfach rein, mit was fängt die Datei an. Ja, und dann gibt es halt so ein wohl definiertes Format hier. Im Prinzip fängt halt die Bitmap-Datei mit so ein paar konkreten Byte an und zum Beispiel diese vier Byte hier geben die Breite des Bildes an und diese vier ausgewählten Byte geben die Höhe des Bildes an. Das sind in beiden Fällen 768 und so sind quasi Binärformate aufgebaut. Jeder konkrete Byte-Bereich hat eine bestimmte Bedeutung und weiter unten finden Sie dann auch die Bilddaten, wenn ich das mal noch... So, das ist komprimiert gespeichert. Ja gut, da sehen wir jetzt keine Bilddaten. Ja, aber im Prinzip so sind die ganzen Binärformate aufgebaut. Sie haben meist einen Header, der die beschreibt mit den ganzen Informationen und danach kommen die Daten. Das ist halt mal eine Bitmap-Datei. Müssen Sie jetzt nicht unbedingt wissen, aber ich wollte halt mal zeigen, wie das so generell läuft. Das ist halt so kodiert. Ja, und so bedienen wir halt einen Hex-Editor. Ja, und bis jetzt hatten wir nur positive Zahlen. Man kann natürlich auch mit negativen... Man kann natürlich auch negative Zahlen verwenden. Also angenommen, Sie haben jetzt so eine Bitfolge. Ja, also angenommen, Sie haben so eine Bitfolge, was weiß ich, so 1,001 und wir interpretieren das jetzt mal als Dezimalzahl. Das ist ja quasi also 1,001b ist gleich... Also 1,001b ist ja nur ein Dezimal. Diese Zahl ist ohne Vorzeichen. Nennen wir sie mal so. Die ist also ohne Vorzeichen. Das heißt, die Zahl ist immer positiv. Und jetzt sage ich mal, ich hätte gerne eine Zahl mit Vorzeichen. So, die Zahl hat jetzt ein Vorzeichen. Woran erkennt man das? Wie gesagt, kontextabhängig vom Draufgucken gar nicht. Es muss dastehen, dass sie ein Vorzeichen hat. Weil das hier ist jetzt keine 9. Das wäre jetzt die Minus 7 Dezimal mit Vorzeichen. Warum ist das so? Diese Frage klären wir jetzt noch. Erstmal, es gibt drei Varianten, das sogenannte Zweierkomplement zu bestimmen. Also das hier ist quasi die Darstellung im Zweierkomplement. Es gibt quasi drei Möglichkeiten, eine Zahl umzurechnen. Ja, also es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, das Zweierkomplement zu bilden. Also Zweierkomplement ist die gängige Art, das zu machen. Und zwar zum einen, sie bilden das Einerkomplement unter dir eine 1. Sie machen zwei hoch Anzahl der Stellen und ziehen die ursprüngliche Zahl ab. Oder Variante 3, die klingt etwas auskomplexer. Ich führe einfach mal alle vor. Achso, und die wichtigste Regel, das MSB, also das höchstwertigste Bit, schiebt das Vorzeichen an. Also in diesem Fall hier sagt diese 1 uns hier, diese Zahl ist negativ, weil das oberste Bit gesetzt ist. Wäre das oberste Bit nicht gesetzt, ist die Zahl positiv. Aber nur, wenn die Vorzeichen behaftet ist. Hier oben hat die kein Vorzeichen und ist Teil der vorzeichenlosen Zahl. Ganz normal. Das mache ich mit, man muss auf den Kontext aufpassen, ob sie mit oder ohne Vorzeichen ist. Ja, und ich werde als Beispiel mal nehmen, jetzt nicht, dass ich aufgeschrieben habe, sondern die 0110, das ist ja 6 Dezimal. Das heißt erstmal, die Bitfolge ist, die Länge der Bitfolge ist 4 und minus 6, das Ziel ist, ja, das Ziel ist 1010b, also dass sie rauskommen. Ja, genau, in der Prüfung werde ich sagen, wenn das Zweierkomplement rankommt, Sie können davon ausgehen, es gibt einen, es gibt eine Aufgabe zu Zweierkomplementen, das Rest ist alles positive Zahlen, sonst würde das viel zu viel Verwirrung stiften. Also steht explizit da, wenn die Zahl ein Vorzeichen hat. Genau, also ich möchte ja jetzt quasi 0110b, das ist ja die 6, ich möchte jetzt quasi diese 6 Dezimal in diese minus 6 Dezimal hier überführen. Also das ist die Zahl, die wir am Ende sehen möchten. Da gibt es drei Varianten, ich rechne mal alle drei Varianten durch und ich sage, ich sage, mein Favorit ist die dritte. Ja, machen wir das mal noch zum Abschluss. Ja, Variante 1 ist ja die folgende gewesen. Ja, also ich schreibe mal hin V1. Variante 1 ist, sie bilden das Zweierkomplement, also das Zweierkomplement dieser Zahl hier ist gleich das Einerkomplement der Zahl, das Einerkomplement von 6 plus 1. Was ist das Einerkomplement? Und das Einerkomplement ist die bitweise Invertierung aller Bits. Das heißt, die wechseln einfach dort wo eine 0 ist, wird eine 1 draus und wo eine 1 ist, wird eine 0 draus. Das heißt, EK6 ist 1 0 0 1 und dann addieren sie eine 1. Wir machen jetzt mal eine schriftliche Addition, das kennen Sie vielleicht noch aus der Grundschule. Wir machen aber eine schriftliche Addition mit Binärzahlen. Das heißt, wenn Sie 1 plus 1 machen, gibt es bereits einen Übertrag. Wir machen jetzt also mal 1 plus 1 im Binärsystem ist hier 0. Übertrag 1. 1 plus 0 ist 1. Dann gibt es hier keinen Übertrag, also ziehen wir sie einfach runter und hier ziehen wir die 1 runter. Genau, jetzt ist dort ja 1 0 1 0 B raus und das ist ja genau die Minus 6, die wir haben wollten. Also das ist Variante 1. Sie machen es einer Komplement und addieren 1. Variante 2. Sie machen 2 hoch der Anzahl der Stellen, also Sie haben ja 4 Stellen. 2 hoch 4 minus die Zahl, das wäre ja 6. Also 2 hoch 4 minus 6 ist also 16 minus 6, in dem Fall ist das Dezimal, also wir machen 10 Dezimal und diese 10 Dezimal rechnen Sie jetzt wieder in Binär um. Das ist ja 8 plus 2, das heißt, das ist dasselbe wie 1 0 1 0 B. Das zweite Verfahren ist relativ verwirrend, weil Sie müssen jetzt diese 10 Dezimal als vorzeichenlose Zahl interpretieren, umrechnen und dann wieder als vorzeichen also Variante 2 ist ein bisschen verwirrend. Die würde ich nicht verwenden. Und die dritte Variante und mir ist übrigens egal, welche Variante Sie nehmen. Und die dritte Variante, die ist folgendermaßen. So, Variante 3, da muss man gar nicht rechnen, das ist also die schönste Variante, weil man nicht rechnen muss. Was machen Sie dafür? Sie schreiben erst mal die ursprüngliche Wert auf, also 0 1 1 0 B. Und jetzt kopieren Sie vom niedrigsten Bit aus, also ganz rechts, vom niedrigsten Bit aus, kopieren Sie bis zum ersten 1 Bit. Also einfach abschreiben. Ich schreibe ab, 0 1. Jetzt sehe ich ein 1 Bit, ab jetzt drehe ich jedes Bit um. Deshalb jetzt das 1er Komplement. Ja, und jetzt also invertieren, 0 1. Ja, und wie Sie sehen können, alle drei Varianten führen zum gleichen Ziel. Aber ich finde, am einfachsten ist Variante 3. Also Sie müssen sich nur merken, Sie kopieren von rechts aus bis zur ersten 1 und dann wird gedreht. Also 1er Komplement gebildet. Und so bestimmt man quasi das 2er Komplement. Machen wir auch natürlich nochmal im Praktikum. Ja, kann ich machen. Also Sie wollen Variante 3 nochmal sehen. Das steht auch auf den Folien übrigens, nochmal als Hinweis. Das ist Folie 52. Aber ja, ich mache das nochmal. Also Variante 3. Sie machen also erstmal, die ursprüngliche Wert ist ja 0 1 1 0 b. Das ist die Zahl, die wir ins Negative umwandeln möchten. So, jetzt machen wir quasi, wir gehen von rechts aus. Also Sie machen diese Richtung hier. In dieser Richtung schreiben Sie jetzt einfach die Zahlen ab. Genau, jetzt quasi, hier kopieren Sie, das ist die 0, die kopieren Sie, die 1 kopieren Sie. Jetzt haben Sie die erste 1 angetroffen und nach der ersten 1 negieren Sie alle Werte. Das heißt, ab jetzt wird das hier eine 0 und das eine 1. Ich kann mal eine längere Bitfolge machen. Ich mache einfach mal, was weiß ich, 0 1 1 0 1 0 1 0. Davon das 2er Komplement mit Variante 3 ist 0 1 1 0 1 0 0 1. Sie merken, das geht super schnell. Man muss nicht rechnen, man muss einfach von rechts nach links abschreiben und nach dem ersten 1 Bit invertieren. Deswegen ist das mein Favorit. Im Prinzip ist es einfach nur eine getarnte Variante 1, nur dass Sie halt die schriftliche Addition weglassen und mit dem Trick hier austauschen. Ja, und ich würde sagen, hier mit dem 2er Komplement kommen wir für heute zum Schluss. Also ich hatte eigentlich noch ein paar andere Sachen offen. Ich muss sagen, vor einem Jahr habe ich das auch alles geschafft. Aber vermutlich bin ich mit dabei etwas geübter und rede langsamer. Das heißt, hier machen wir mal einen Cut und setzen diese Vorlesung dann nächste Woche fort. Da geht es dann zum Beispiel dann auch um Zeichendarstellung, also Buchstaben. Das hatten wir im Hexeditor gesehen. Das bleibt jetzt erstmal außen vor bis nächste Woche. Genau, die Motivation war ja, es gibt 10 Arten von Menschen. Hier die binär verstehen, hier die kein binär verstehen. Den Witz müssten Sie jetzt ja eigentlich verstehen. Sie wissen ja, was man mit der Sehnen macht. Genau, und wenn Sie über diesen Witz naja, vielleicht lachen können, haben Sie den Sinn der Vorlesung so grob verstanden. Also das hätten Sie zumindest mitnehmen.